Ich fliege jetzt die Helikopter in Bangkok. Ich habe lange nicht mehr geflogen. Oh, jetzt kriege ich die Helikopter. Ja, guck mal, er hat schon meine Anstellung nicht übernommen. Ich habe jetzt hier ein Anti-Luft-Raketen. Oh, das ist derft voll. Oh, 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 oh. Ich mache gefährliche Sachen. Rania, wo bist du? Ja, unten beim Tank. Ich gehe jetzt auf B. Okay. Ich wollte das so an. Ich hatte Anti-Fahrzeug-Raketen in dem World und jetzt hat er die nicht gespeichert. Ich gehe jetzt auf B. Ich gehe jetzt um Ausbest pleasen. Okay. 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 Easy. Okay. das machen wir sie alle 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 mehr apg haben das sind auch geschossen wo es überhaupt der andere hast du dir gesehen da ist unten drin ja ich nicht zielen und immer klar zu präparieren habe ihn raus geschossen kaum mal lieber ab hier ich kann nicht jetzt links ja ich gehe mal nach rechts kommt leute wenn er nach links ich habe alle überleiten wollte wo bist du nicht rechts ok ich probiere jetzt mal das südeln hat gezogen ja tank 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 nach links hat hat egal 1 Achtung Achtung Oh mein Gott Schieß drauf Ne, wo? Ah, falsche Zeit Ja, guck mal, da liegen Minen, ne? Wenn dann einer mal durch die Minen fährt, dann musst du nur grob drauf schießen Ja, mein Problem ist, ich bin limitiert durch die... Ja, ich weiß, musst du dann nein sagen Und wenn ich angeschossen werde, wie jetzt gehört vorher, dann musst du mal Zeit ein bisschen machen Ja Wow Guck mal, auf dem Dach sind sie da Welchen? Mach kaputt, mach kaputt, schieß drauf Schönen Nachladen Ich seh' nicht, ich bin so nieder Ja, ja, ja Wow, wow, wow Ich bin rausgezogen Hast du Angst? Oh, ich hab'n, guck mal Servicester, ich hab'n das jetzt nicht anloggt, alles Ich hol' dich gleich wieder Ja Das war ganz schön knapp mit der Arbitur Ich soll mir mal sehen, wie zu karrt, da unten ist einer Helikopter Ja, ich nehm' Weißt du was? Was? Ich nehm' jetzt den Heli, äh Ich nehm' nicht mehr Smart, ich nehm' das Dinge Okay Gut? Ja Ich hab' jetzt endlich anloggt, den Heli hab' ich kaputt gemacht Ja, der nächste hol' ich mir Okay Klar Wow Wow, 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 das ist doof, 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 doof Schnell weg, schnell weg Kommt, Tank Ja, reparieren Ich muss echt aufpassen, weil sie von überall auf geschießen können Ich muss mir nur sagen, wenn ich es sein wissen muss Weil du offensichtlich siehst, dass er verfallen will, ich bin recht Jetzt gerade Ja, erstmal sogar, oh, die haben zwei Panzer Ja Ja Oh, das ist Infanterie, guck mal Oh, ich hab' ihn vor den Arsch gelegt Aha Da war noch ein Panzer irgendwo Ach, Heli, Heli Ja Wir bringen dich kurz Oh, was macht du? Das schießt nicht so ab Boah Naja, passt schon Guck mal da, Auto Der Heli noch? Nee, der Heli ist abgestürzt, sowas ich weiß Ich bin Tank, wo du bist für Quatsch drin Wow, RPG Guck mal, hier liegt der Heli Uff, der Fug Haha Ja, man darf eigentlich nicht so tief da rüber fliegen Nee, die haben auch B und So, wir können ja mal noch in die Front fliegen Guck mal, Fahrer Rechts ist einer Aua, Aua Okay, der ist weg A Soll ich dich runterlassen? Ja, ich geh' runter, bin schon drunter Mich lockt was Bin ich drauf Hab ihn, hab ihn, hab ihn Er sollte alleine sein Ich hab ihn Erschossen Okay Du spielst ihn, er ist er auch aktiv? Ja, ich glaub schon Hört sich gut an, weil... Irgendwas lockt Hallo Hallo Danke, Baro, dass du mich voll ignorierst, Alter Wie ich ignorier dich Ja, wie oft muss ich denn schreiben, dass du Platz in den ähnlichen Support machen sollst? Ja, ich kann Helikopter fliegen, ich bin am Helikopter fliegen Ich kann ja nicht schlechtes anderes machen, du musst irgendwo landen dafür Mir egal Ja, das ist mir schon klar, ich kann ja mal gucken, ob ich hier bestimmt... Meist den Anger zu irgendwas raus, der ohne... Ey, da, da, da Weißt du, wenn ich da nen T-S guck, der hat da nen richtigen Squad Jetzt bin ich da, also... Da ist er irgendwo Hast du ihn? Da Mach's schnell, Baro, vier Tickets Ich hab ihn, ich hab ihn Ne, Quatt Achso, Quatt Warte Zwei Tickets Ein Ticket Dein Ich hab ein rausgebrochen Ja! Mann, das war ne Runde, ey Endlich hab ich... Mach mal ein bisschen mehr Tickets rein, ist das auch lame? Äh, es ist zu... äh... Adaptiv Also wenn... Da war vorhin leer, dann war es wenig, jetzt werden es mehr Geil, ich glaub ich hab mein End, ich mein... Dann stell mal ein bisschen hoch noch, weil... Ne, es geht automatisch hoch, es geht nur hoch, wenn... Wenn... am Anfang der Runde selber auch... Echt? Genügend Leute hat Ja, die waren... Wir haben voll die weg... und das war irgendwie... Vorher war es 100% weil es leer war am Anfang der Runde fast... Ja... 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 Ja...